Hallo Freunde, was geht da? Willkommen zur allerletzten MTG Episode der Saison 21-22. Heute werden wir noch einmal alles Revue passieren lassen. Ich werde ein bisschen über mein Team reden, wie es sich in der Saison verändert hat, was insgesamt meine positivsten Merkmale waren, was meine größten Fehler waren und so weiter. Also einfach nochmal ein kleines Fazit über die Saison 21-22 ziehen. Da jetzt der Saisontime beginnt, wo relativ wenige Leute diese Videos gucken werden, würde es mich sehr freuen, wenn ihr ein Like da lassen könntet. Wenn ihr dieses Video seht, würde mich wirklich riesig freuen. Ja, würde mir mega helfen. Vielen, vielen Dank. Jetzt schon mal. Das ist mein finales Team. Wenn ich quasi meinen kompletten Kader ausüben muss, indem ich quasi am Ende das beste Team aufstelle, dann kommt genau das dabei rum. Und genau darüber werden wir am Ende reden. Wir beginnen natürlich ganz am Anfang mit meinem Starter-Team. Und ja, so sah das Team ganz am Anfang aus. Das war das Team, was ich zu Saisonbeginn zugelost bekommen habe. Kein Torwart gehabt. Kübler, der letzten Endes super wertvoll war, aber damals wusste man ja nicht, dass Schmied da so krass Probleme haben wird mit Corona. Dementsprechend auch nicht so geil. Kempf, der da am Anfang über 20 Millionen gekostet hatte. Viel zu teuer. Meierhöfer, ganz in Ordnung. Laszlo Bene, Strobl. Die haben jetzt nicht die größte Rolle gespielt. Moderhut, wahrscheinlich mit Abstand der beste Starter-Spieler, den ich hatte. Stürmer von zwei Abstiegsvereinen. Ist jetzt insgesamt auch nicht so geil gewesen. Klos ist ja irgendwann auch aus der Rang oder rausgefallen. Das heißt, von diesem Starter-Team der einzige Spieler, der wirklich gut war, war Moderhut, den ich auch relativ lange hatte, bis ich ihn dann irgendwann mit Matze Grüße gehen raus für Dani Olmo getauscht hatte. Und dann hat der Hut rot gesehen, hat sich verletzt. Olmo hat sich verletzt. Also es war einfach ein beschissener Swap-Deal von uns beiden. Genau, das war quasi mein Starter-Team. Und dann switchen wir mal rüber auf Insta. Denn ich möchte so ein bisschen meine Teamentwicklung durchgehen. Das war dann in der ersten Länderspiel-Pause. Da sah das Team schon deutlich, deutlich besser aus. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir quasi, natürlich vorausgesetzt, die Spieler spielen alle noch in der Bundesliga, wenn ich mir das Team nächstes Jahr wieder geben würde, in der ersten Länderspiel-Pause, ich wäre sau zufrieden damit. Lewandowski gut, wird nicht mehr da sein. Wie gesagt, vorausgesetzt, wir bleiben mal in der Saison, in dieser Saison. Ich bin super zufrieden mit dem Team eigentlich. Aber hier erkennt man schon so die ersten Fehler, die ich gemacht habe, in Anführungszeichen. Ich habe ja gesagt, ich investiere wenig Geld in die Abwehr. Ja, was hier ja auch in dem Fall Sinn macht, weil ich hatte noch nicht so viel Geld. Aber ich habe halt auf super, super viele Risikospieler gesetzt. Ein Daniel Mahlen. Der ist okay, der war auch geil. Mit Abstand der geilste Kauf, hat meine Saison extrem geprägt. Aber zum damaligen Zeitpunkt halt 30 Millionen in einen unsicheren Spieler am Anfang zu investieren. Deswegen sage ich auch die ganze Zeit so Karim Adeyemi. Ich weiß noch nicht, ob der wirklich so ein sinnvoller Kauf am Anfang der Saison sein wird. Noch dazu ein Massimo, der super unsicher war. Ein Conny Leimer, der super unsicher war. Ein Haraguchi, der super unsicher war. Ein Paulinho, der super unsicher war. Also das hat mir auch mit Abstand den Saisonstart gekostet. Denn wenn wir uns das Ganze hier in Kickbase ansehen, auf meinem Profil, da sieht man hier gegen Ende, lief es ja super. Aber gerade hier so die Anfangsphase, 560 Punkte, 570 Punkte, dann zwei Ausreißerspieltage, dann wieder 800, 500, 700, 900, 800. Und dann erst am zehnten Spieltag ging es so richtig los mit den guten Punkten. Aber gerade diese Anfangsphase hier, da habe ich viel zu sehr auf Gambler gesetzt. Also ich habe wirklich immer probiert, halt Spiele reinzuholen. Ja, natürlich, ein Paulinho hätte auch mega einschlagen können, hat er aber letzten Endes nicht. Und es ist immer okay, das ist schon so der erste Rückschluss, es ist immer okay, Gambler im Team zu haben. Man darf es halt echt nicht übertreiben, so wie ich am Anfang der Saison. Das hat mir, wie gesagt, dann gerade am Anfang sehr stark das Genick gebrochen. So, dann ging das Ganze weiter und ihr merkt, das Risiko hört nicht auf. Man merkt hier schon, die Investments gingen hier schon langsam Richtung Defensive. Das ist auch so das erste Fazit, das mir aber auf die Saison gesehen wahrscheinlich mit am meisten gebracht hat. Ich habe dann irgendwann angefangen, sehr, sehr viel Geld in die Defensive zu investieren, weil es in unserer Liga einfach so war, dass die Defensivspieler, gerade die teuren, die waren auch verfügbar. Weil jeder es zum Anfang schlau gemacht hat und hat sich halt die guten Mittelfeldspieler und Stürmer gekauft. Ich war ja mit Lewandowski und Mahl in einem Sturm gut aufgesetzt. Im Mittelfeld habe ich nichts mitgenommen, keine teuren Spieler. Und hatte dann noch relativ viel Geld und habe das Geld dann angefangen, in die Defensive zu investieren. In dem Fall sieht man ein toller Torwart. Grandiose Abwehrkette für den wievielten Spieltag hatten wir hier. Nochmal Länderspielpause. Lewandowski, Mahl, auch super mit zufrieden. Chico Höfler, wahrscheinlich mein Kauf der Saison. Für 11 Millionen von Paul gekauft und über ein 100er Average gefahren. Also mit Abstand mein Kauf der Saison. Und dann geht es weiter. Dann hast du wieder einen Hack, der keine geilen Punkte macht. Ein Adams, der super unsicher ist. Ein Jakic, der super unsicher ist und noch dazu keine guten Punkte macht. Und dann noch ein Holger, der auch super unsicher ist und noch dazu keine guten Punkte macht. Also wieder vier Spieler, die einfach nicht gut sind. Da hatte ich einfach Glück, dass Leute wie ein Chico Höfler, ein anderes Orban, Meunier, Lewandowski, dass die mich da getragen haben. Aber einfach diese vier anderen Spieler. War einfach wirklich schlecht investiert von mir. Auch wirklich schlecht gemanagt. Und wie gesagt, auch das hat mir sehr, sehr groß und einen sehr, sehr großen Teil der Anfangssaison gekostet. So, das war der nächste Spieltag. Und da hatten wir das erste Mal die legendäre Fünferkette. Das Problem war, dadurch, dass ich halt auf so viele Gambler Mittelfeld gesetzt hatte, waren halt die ganzen soliden, guten Mittelfeldspieler entweder viel zu teuer oder sie waren schon weg. Das heißt, ich musste mein Geld zwangsweise in die Defensive investieren. In dem Fall ein Dicker wäre, wenn ich ihn behalten hätte, ein grandioser Kauf gewesen. Ich habe ihn mal damals dann für 12 Millionen oder so mal abgegeben, weil er, glaube ich, gelb gesperrt war oder so. Irgendwie sowas. Ja, und dann auch hier wieder Jakic, Touré, Hack. Das sind wieder keine guten Spieler. Noch dazu habe ich hier Flecken für Castells abgegeben. Auch ein großer Fehler. Aber ihr merkt, diese weiterhin vorhandene Nicht-Souveränität, wenn man es so nennen kann, die ist immer noch vorhanden. So, dann ging es weiter. Dann habe ich versucht, auf Krampf von der Fünferkette wegzukommen. Habe mir Upamecano noch zusätzlich zugelegt. In dem Fall war, glaube ich, Orban genau, war auf der Bank, war gelb gesperrt, verletzt, wie auch immer. Hier geht schon in eine deutlich bessere Richtung. Also Boree, Onisivo, Lewandowski, Mahlen, Höfler. Alles okay. Giavogi zu dem damaligen Zeitpunkt auch ein toller Spieler gewesen. Timo Hübers, auch wenn ich ihn behalten hätte, wäre ein super Kauf gewesen. Habe ich aber leider nicht, weil ich nicht an Köln geglaubt habe. Und auch im Tor bin ich dann mit Krube gegangen, wobei Torwart jetzt insgesamt würde ich als relativ irrelevant einschätzen. So, dann hatten wir hier das legendäre Big Donnie, Donnie, Mahlen-Video. Ja, es war ja damals immer die Debatte. Verkaufe ich ihn? Gebe ich ihn ab? Ihr seht hier, ich habe super viele Kommentare bekommen. Tobi, jetzt gibt den Mahlen endlich ab. Der spielt nicht, der trifft nicht, der macht scheiß Punkte. Ich konnte mich einfach nicht von ihm trennen. Ihr wisst es noch. Ich konnte, ich habe es einfach nicht übers Herz bekommen, mich von ihm zu trennen. Und auch hier, ihr seht schon, ich glaube, ich habe knapp 10 Millionen, 12,8 Millionen Verlust bereits gemacht. Mittlerweile über 20 Millionen Verlust. Aber, ja. Und hatte hier ein relativ gutes Angebot drin. Habe ehrlich überlegt, ihn zu verkaufen. Habe es dann letzten Endes aber nicht gemacht. Und habe ihn weiterhin gehalten. Und ich glaube, irgendwann hier hat er dann endlich getroffen. Ich weiß aber nicht mehr genau, in welchem Spiel das war. Irgendwo in dem Bereich. Hier hat er auf jeden Fall dann seine Hütten gemacht. So, dann transformiert sich das Team weiter. Ich habe Joschko Guardiol bekommen. Mit Abstand einer der besten Käufe in diesem Jahr. Damaliger Marktwert. Ungefähr 17 Millionen. Gekauft für knapp 24, 25 Millionen. Also 7, 8 Millionen Overpay. Auch mit Abstand einer der Spieler, der meine Saison am meisten geprägt hat. Dann hier noch, klar, ein Winter drin. Wieder für Orban, der normalerweise drin war. Und hier steht das erste Mal dann meine Bomben-Fünfer-Kette mit. Lucas Hernandez, Upamecano, Guardiol, Orban und Meunier. Und das war auch mit einer der Key-Faktoren, warum ich diese Liga am Ende gewonnen habe. Chico Höfe. Was ich im Mittelfeld aufgestellt hatte, war letztendlich eigentlich fast egal. Das war wirklich eigentlich fast egal. Weil diese Abwehrkette konstant so unfassbar geile Punkte gemacht hat. Und dann immer mal wieder ein kleiner Ausreißer von entweder Mahlen oder Lewandowski dabei. Weil das im Mittelfeld eigentlich passieren konnte, was wollte. Letztendlich ist Chico hat mir, wie gesagt, ein 100er-Average gefahren. Das war auch super. Und ja, dann hat sich das Team so langsam in die Richtung transformiert, in der es mir richtig gut gefallen hat. So, schauen wir an. Er ist ein Challenge. Hier haben wir das, nochmal das Starter-Team. Genau. Hier dann irgendwann. Das war dann so die Peak-Zeit. Die Peak-Kick-Bass-Guide-Team-Zeit. Das war in der Winterpause. Und hier hatte ich dann mein perfektes Team erreicht. Wie gesagt, die bombastische Fünferkette mit Guardiol, Orban, Meunier, Upamecano, Lukas Hernandez im Mittelfeld. Dann irgendwann mit Kampel, Andrich und Chico Höfler auch bombastisch. Und dann noch ein Armin Adli als Game-Spieler. Zu dem Zeitpunkt noch sehr interessant. Lewandowski, Mahlen, Paulsen in der Phase, wo André Silva schlecht war. Also, hier war dann irgendwann so das finale Team erreicht. Und dann hat sich eigentlich Abwehrkette, irgendwann hat sich Meunier verletzt. Aber die anderen vier sind ja bis heute noch in meinem Team. Genauso wie Kampel, Höfler, Lewandowski, Mahlen. Also, seitdem hat sich nicht mehr so viel verändert. Es gab dann noch den Paulsen-Klostermann für Grillitswap und 20 Millionen. Und ansonsten, wie gesagt, hat sich mein Team ab dann nicht mehr großartig verändert. Und, ähm, genau. Hier seht ihr es nochmal, dass, erstmal hier, Freunde, wie schön ist da oben dieser Sternübernahme. Das macht mich so glücklich. Ähm, hier seht ihr nochmal das finale Team. So würde ich es jetzt, Stand jetzt, aufstellen. Wie gesagt, Meunier leider durch die Verletzung raus. Super Mittelfeld. Wir können auch statt Choboslein nochmal einen Kampel reinstellen. Mit Andrich Höfler-Kampel. Ja, und, äh, finales Fazit, was das Team angeht. Die Big, ja, die Top-3-Vereine haben sich bei mir auf jeden Fall gelohnt. Und, also, Bayern, Dortmund, Leipzig hat sich über die komplette Saison mega ausgezahlt. Also, zu meinem Peak hatte ich ja quasi von Bayern, Lewandowski, Hernandez, Upamecano, von Leipzig, Kampel, Guardiol, Orban und von Dortmund, Mahl, Meunier, Kobel. Das war super geil. Ich musste mir fast an keinem Wochenende Gedanken machen, weil eine der Mannschaften hat immer sehr, sehr gut performt und die anderen haben nicht schlecht performt. Das heißt, das war die Phase, wo ich eigentlich jedes Wochenende mindestens meine 1000 Punkte gemacht habe. Und das war letzten Endes meiner Meinung nach auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich diese Liga gewonnen habe. Ähm, auch ganz, ganz klare Kiste. Joa, beste Käufe. Ich bleibe dabei, Robert Lewandowski. Ähm, nächstes Jahr wird er nicht mehr in Kickbase sein. Ich bin wahnsinnig happy, den zu haben. Mensch, er steht hier schon nicht mehr gekauft für, weil, äh, die neue Saison sozusagen angebrochen ist. Ist das eine Neuerung? Ach, krass, okay. Ähm, das zählt dann quasi jetzt schon als Starterteam. Ich habe ihn gekauft für 78 Millionen. Mit Abstand der beste Kauf, den ich hätte machen können. Äh, Donnie Mahl damals gekauft für knapp 34 Millionen. Natürlich bin ich nicht happy mit, mit ihm und seinen Punkten. Das, das kann man ja nicht sagen. Aber hey, ich hatte mit eine der geilsten und lustigsten Saisons mit ihm. Die, die Memes waren der Hammer. Die Interaktionen waren der Hammer. Also insgesamt, ich bereue diesen Kauf 0,0. Klar, wenn ich jetzt Zweiter gewesen wäre mit knappem Hinterabstand, dann hätte ich mich natürlich aufgeregt, weil ich zu dem Zeitpunkt für dasselbe Geld hätte ich zum Beispiel einen Grifo bekommen können. Das weiß ich auch ganz genau. Der ging bei uns für knapp eine Million über Marktwert oder Maxi Arnold. Ähm, oder vor allem halt Grifo. Grifo hat knapp 4000 Saisonpunkte gemacht. Das wäre natürlich der mit riesigem Abstand bessere Kauf gewesen. Hätte ich für 30 Millionen bekommen. Für Mahlen habe ich 34 Millionen bezahlt. Aber Freunde, ich hatte den Spaß meines Lebens mit dem Bub und von daher bereue ich da wirklich überhaupt nichts. Um die Sie war ich auch sehr, sehr lange und die restlichen Dinger hier, die wurden immer ausgetauscht. Aber gerade Höfler, Andrich Kampler haben mich auch sehr, sehr lange begleitet und mit denen bin ich natürlich auch sehr happy. Größter Fehlkauf, ihr seht es jetzt schon gar nicht mehr, Zagadou. Gekauft für 28 Millionen. Ich habe Günther dafür abgegeben. Er hat mir in vier Spielen 4, 51, 60 und 87 Punkte gebracht. Während, also muss ich dazu sagen, ich habe da ja nochmal 20 Millionen Verlust mitgemacht. Habe einen Günther für knapp 3, 4 Millionen über Marktwert verkauft, der mir in derselben Zeit 258, 283, 63 und 37 Punkte gemacht hätte. Von daher tut weh, aber was soll man machen? Das ist mit Abstand so der größte Fehlkauf. Aber da war die Relevanz jetzt auch nicht mehr so hoch, wenn man ehrlich ist. Und genau, das fasst eigentlich perfekt mein Team über die Saison zusammen. Wir gehen natürlich noch einmal hier auf die Tabelle. Die Spieler sind schon rausgelöscht, die abgestiegen sind und El Jonti und Jonathan sind auch schon raus, die aufhören werden. Ihr seht schon hier Hannes, Pascal, Black Mamba und Jackie neu in der Champions League. Dazu wird es dann aber auch in näherer Zukunft noch Videos geben. Ihr habt weiterhin die Möglichkeit, euch zu bewerben. Einfach meinen Insta-Post vor ein paar Wochen abchecken. Müsste so ein rotes Logo hier sein. Hier, genau, rotes Logo, Community liegen. Einfach hier auch nochmal für euch hier in den Videos. Wichtig, kickbaseguidedgmail.com, nicht thekickbaseguidedgmail.com. Das ist meine Business-Mail. Bitte da nichts hinschicken, das ignoriere ich sonst. Genau, hier habt ihr noch mal die Möglichkeit, wie ihr euch bewerben könnt. Und ja, wir schauen uns noch abschließend die Battles an. Insgesamt habe ich nur siebenmal den Spieltag gewonnen. Das ist recht wenig, für das ich Meister geworden bin. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich dann gerade so in den letzten 10, 15 Spieltagen immer sehr mit der Masse mitgeschwommen bin. Also ich habe nie schlecht performt, ich habe aber auch nie überragend performt. Das lag natürlich viel an Verletzungen, oftmals aber auch an kleinen Manager-Fehlern. Ja, und vor allem daran, dass Robert Lewandowski jetzt nicht immer einen Hattrick rausgehauen hat. Das war natürlich immer mit einer der ausschlaggebenden Punkte für die Spieltagssiege. Genau, also sieben Spieltagssiege bin ich natürlich trotzdem zufrieden. Auch in meinem Top-Spieltag mit 1.666 Punkten. Das war damals so ein wichtiges Statement und habe mich damals auch massiv hochkatapultiert. Von daher, da bin ich auch sehr zufrieden mit. Angriffslustig, na klar, durch Lewandowski eben hauptsächlich gewonnen. Allein der hat ja schon fast 6.000 Saisonpunkte gemacht. Im Mittelfeld seht ihr, habe ich kaum Punkte gemacht. Ja, bin ich jetzt letzter, aber da war glaube ich nur noch Jona hinter mir, ansonsten alle über mir. Mit 8.700 Punkten. Da habe ich aber auch über das komplette Jahr sehr, sehr wenig Wert drauf gelegt. Wo ich nochmal Wert drauf gelegt habe, natürlich die Abwehr. Da habe ich auch 14.000 Punkte geholt und das auch nochmal als Learning. Die Fünferkette kann sich lohnen. Ich präferiere weiterhin Offensivspieler. Natürlich, das ist ja rein logisch, aber ich sage jetzt nicht mehr, okay, ihr müsst wirklich gefühlt eure Niere verkaufen für Offensivspieler. Offensivspieler, wenn ihr, wie in meinem Fall in der Saison, da war auch viel Glück dabei, Defensivspieler von den Top-Vereinen für relativ wenig Geld bekommen könnt. Das ist auf jeden Fall ein Learning, das ich ziehen würde. Auch beim Torwart bin ich am Ende auf Platz 2 gelandet. Da bin ich auch sehr zufrieden mit. Genau, gibt es noch sonst was, was ich hier zeigen kann? Von mir aus noch den Platzverlauf hier relativ schlecht angefangen und dann progressiv gesteigert. Und genau dann ab dem, was ist es, 17. Spieltag, also genau ein Spieltag vor der Winterpause, Platz 1 gewesen und seitdem auch diese Platzierung nicht mehr hergegeben. Was wir uns ganz schnell noch angucken können, ist das Pferderennen von Pascal. Vielen, vielen Dank fürs Erstellen, das ziehen wir uns jetzt nochmal ganz schnell rein. Also nochmal Danke an Pascal, ich finde es jetzt gerade nicht, aber wir schauen uns auf jeden Fall nochmal den Saisonverlauf in der Champions League an. Denn das können wir auf jeden Fall sehen und hier sehen wir noch einmal den Verlauf. Also gerade am Anfang natürlich stark dominiert von Jonathan, Paul und Ruben. Jan war auch sehr, sehr lange Zeit vorne mit dabei und dann hier Showlauf ab dem 17. Spieltag. Habe ich die Führung nicht mehr abgegeben, nochmal vielen, vielen Dank an Pascal fürs Erstellen, ich finde es überragend. Und ja, Paul blieb die ganze Zeit vorne mit dabei, Matze hat auch eine tolle Saison gespielt. Matze hat nie irgendwie Erster gewesen, aber es war halt immer relativ eng. Also Matze auch jemand, den ich für nächstes Jahr sehr, sehr ernst nehme. Natürlich alle, ich meine, wir gehen nochmal zurück. Danke nochmal an Pascal, ich finde das wirklich überragend geil. Nächstes Jahr, Freunde. Also ich habe ja dieses Jahr schon gesagt, die Champions League ist die größte Schwitzerliga Deutschlands, aber das wird nächstes Jahr einfach Next Level. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Pascal, Black Mamba, Jackie haben in der ersten Liga so eine geniale Saison gespielt. Dann kommt noch ein Hannes dabei, der gefühlt sein halbes Leben da rein investieren wird, mir das Leben zur Hölle zu machen. Den geht es wahrscheinlich gar nicht darum, hier irgendwas zu gewinnen, der will nur mich fertig machen. Also die vier Leute, die hier neu dabei sind und dann natürlich vor allem die Leute, die jetzt schon die komplette Saison mitgespielt haben. Also ich meine, wenn man das mittlerweile sieht, Jan war mit einer der besten Manager, am Ende ist Felix trotzdem noch auf 1000 Punkte rangekommen. Auch Claudio ist knapp an Felix dran und Luke hat in der Saisonendphase meiner Meinung nach mit riesigem Abstand am besten in der kompletten Champions League gemanagt. Also Luke hat eine der besten Saisonendphasen gespielt, die ich jemals in Kickbase gesehen habe. Also Freunde, nächstes Jahr wird das heftig, das wird richtig heftig. Aber ich freue mich massiv drauf und ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Das war es dann hier final mit der letzten MTG-Episode für dieses Jahr. Das Ganze wird dann wieder so im Juli weitergehen mit den ersten MTG-Episoden, wenn es dann Richtung Trading geht, Tipps und so weiter. Da geht es dann, wie gesagt, wieder Anfang Juli los. Auch hier nochmal, ich habe mich gestern schon viel bedankt. Danke an jeden Einzelnen von euch für den Support, fürs Liken, für diese Episoden zu gucken. Für die Nachfragen, wie es in den anderen Ligen aussieht und so weiter. Hat mich riesig gefreut, war eine mit Abstand die beste Kickbase-Saison, die ich jemals gespielt habe. Wirklich vielen, vielen Dank für den kompletten Support, über die komplette Saison. Das war es mit der letzten MTG-Episode. Wir sehen uns dann im Juli wieder, was das angeht. Es wird natürlich noch andere Videos gehen. Haut rein bis dann, Freunde. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.